hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video vom simple life stories planer body club mein name ist monja und ich hoffe ihr habt unseren youtube kanal abonniert oben unten irgendwo klickt einfach auf abonnieren und schon kriegt ihr jedes mal eine e mail wenn ein neues video bei uns rauskommt ja heute möchte ich mit euch über den planer body club sprechen den planer body club haben wir auf unserer webseite auf simple life stories punkt net und da könnt ihr euch eintragen und mit uns tauschen oder einfach jeden monat ein paket bekommen es ist komplett euch überlassen jetzt erzähle ich euch mal ganz kurz wie das geht weil ich erhalte oft fragen einfach das nicht ganz klar ist wie das funktioniert also ich habe eine seite auf unserer homepage da geht es um diesen planer body club der ist in deutsch und englisch und da könnt ihr euch eintragen in eine liste tragt euch in die liste ein bekommt ihr automatisch unsere adresse zugestellt und die könnt ihr dann dazu nutzen um uns ein paket zu schicken oder aber ihr könnt sie ignorieren und euch weiter unten könnt ihr auf den subscribe button klicken also eintragen und dann über paypal tragt ihr euch dann in den planer body club ein ihr bezahlt dann im moment 24 95 im monat und bekommt dann wann immer eure zahlung eingeht ein hübsches paket von uns zugeschickt ja und jetzt erzähle ich euch mal kurz was in dem paket drin ist bzw hier im kanal gibt es schon ein video vom planer body club für diesen monat für november deswegen will ich euch das jetzt nicht noch mal erzählen wenn ihr das sucht das ist die professor nitro kollektion was aber sonst noch drin ist ihr seht dass ich hier ganz viele sachen wunderschöne sachen liegen habe und genau die gibt es auch im planer bei die klappe es ist nämlich so dass einige leute mit uns tauschen das heißt ihr schickt uns ein paket und bekommt von uns die exklusive kollektion im november halt professor nitro und einiges an sachen zurück zugeschickt oder aber ihr tragt euch einfach ein wie bereits gesagt also zwei möglichkeiten und wenn ihr uns was zu schickt dann haben wir wunderschöne sachen aus der ganzen welt nämlich hier zum beispiel von hello kitty oder hier so kleine washi tape dann andere washi tape ja also ich gebe euch nur mal ganz kleinen einblick ich habe nämlich richtig richtig viele sachen ich zeige euch das mal ganz kurz schaut mal das ist mein mein kleiner schatz hier dann auch von uns noch sachen bei deswegen ganz so zeigen wenn ich jetzt mal hier rein gucke das ist meine kiste mit der habe ich jede woche immer spaß und die schnappe ich mir dann und dekoriere mal in kalender kurz und klein ja und das schöne daran ist ihr bekommt wirklich nicht nur unsere exklusive kollektion die ihr wirklich nur in dem monat und nur bei uns bekommt sondern ihr bekommt auch einfach sachen wie die die hier liegen aus der ganzen welt zusätzlich zu der kollektion von professor nitro jetzt zum beispiel im november und habt somit ja planer baddies von der ganzen welt wir haben welche aus aus amerika natürlich aus kanada aus australien ihr seht das ist ganz vielfältig und natürlich gibt es überall andere sachen von wunderschönen stiften über andere page flags oder hier diese diese schönen cardboard sticky note oder halt thank you karten ich glaube die gebe ich nicht ab aber schon und ja ihr seht schon es ist richtig richtig viel was es bei euch wahrscheinlich genauso wenig gibt wie bei mir hier ja und deswegen das macht diesen planer body club so wertvoll egal für welche option ihr euch entscheidet ja wir haben da einfach riesig spaß mit was ist denn schöner als wirklich ein ein paket zu bekommen per post und all diese wunderschönen sachen vorzufinden und auch eine ganz neue inspiration für euren planer zu bekommen weil natürlich sind die sachen dafür gedacht dass sie die in eurem planer verwendet in eurem filofax ihr könnt natürlich auch ganz andere sachen daraus basteln also ihr habt da ganz vielfältige möglichkeiten und ich zeige euch nun mal so ein paar sachen hier haben wir zum beispiel die eulen sticker oder hier so ein paar so ein paar schmetterlinge oder hier sticker ja game night bounce night banko night banko night aber ich denke es gibt games night ja oder hier tea time also so sachen die wir wirklich habt ihr die schon mal gesehen hier in deutschland ich denke nicht ich habe auch hier ein super schönes paket mit verschiedenen stempeln bekommen ja also das ist nur eine ganz kleine an auswahl an sachen die ich hier habe und die alle können in eurem planer baggie paket drin sein das einzige was ihr tun müsst ihr müsst euch überlegen welche option ihr buchen wollt entweder mitmachen tauschen oder euch eintragen kriegt ihr ein paket zugeschickt ja probiert uns aus ihr könnt uns jederzeit wieder abbestellen das heißt ihr geht einfach in euren paypal account und löscht die eintragung und dann bekommt ihr kein weiteres paket von uns also ganz simpel keine verpflichtung eigentlich ja es geht hier wirklich um den spaß ne um den spaß am tauschen ausprobieren von neuen sachen einfach ja dass man ja immer wieder neue inspirationen also wenn ihr gerne final facts und einfach mitmachen wollt kommt zu uns kommt auf die webseite der linke ist drunter vielleicht müsst ihr auf mehr anzeigen klicken dann kommt einfach schaut bei uns vorbei tragt euch ein und ja ich freue mich auf euch bis dahin tschüss ailing spine de hast Ihr